Prolug Über Hobbits Dieses Buch handelt zum großen Teil von Hobbits und der Leser erfährt daraus viel über ihre Wesensart und ein wenig auch über ihre Geschichte. Weitere Angaben sind in dem Auszug aus dem roten Buch der Westmark zu finden, der schon unter dem Titel Der Hobbit veröffentlicht wurde. Diese Erzählung gab die ersten Kapitel des roten Buches wieder, die Bilbo selbst verfasst hatte, der erste Hobbit, der in aller Welt berühmt wurde. Er nannte das Buch »Hin und Zurück«, weil es von seiner Fahrt in den Osten und seiner Rückkehr handelte, einem Abenteuer, durch das später alle Hobbits in die hier zu berichtenden großen Ereignisse jenes Zeitalters verwickelt wurden. Viele Leser werden aber gleich zu Beginn noch mehr über dieses bemerkenswerte Volk wissen wollen, zumal manche vielleicht das frühere Buch gar nicht besitzen. Für sie seien hier einige wichtigere Erkenntnisse der Hobbit-Kunde zusammengestellt und das erste Abenteuer kurz wiedergeben. Die Hobbits sind ein unscheinbares, aber sehr altes Volk, das früher zahlreicher war als heute, denn sie schätzen Ruhe und Frieden und den wohlbestellten Boden. Sie wohnten am liebsten in kleinen Gemeinden zwischen Äckern und Weidegründen. Komplizierterere Maschinen als Blasebalk, Wassermühle oder Handwebstuhl verstehen und mögen sie auch heute noch nicht. Doch mit Werkzeug konnten sie geschickt umgehen. Schon in alten Zeiten waren sie im Allgemeinen Scheu gegen »die Großen«, wie sie uns nennen. Und heute gehen sie uns ängstlich aus dem Wege und sind immer schwerer zu finden. Sie haben ein feines Gehör und scharfe Augen. Und obwohl sie zu Rundlichkeit neigen und nicht gern etwas übereilen, können sie sich, wenn nötig, sehr fix und flink bewegen. Von jeher beherrschen sie die Kunst, rasch und geräuschlos zu verschwinden, wenn große Leute, denen sie nicht begegnen wollen, dahergepoltert kommen. Und diese Fähigkeit haben sie so sehr verfeinert, dass sie uns Menschen wie Hexerei erscheint. Tatsächlich aber haben sich die Hobbits nie mit irgendeiner Art von Magie abgegeben. Und dass sie sich scheinbar in Luft auflösen können, beruht allein auf einer ererbten und auf altvertrauten Gelände sorgfältig eingeübten Fertigkeit, die für größere und plumpere Völker unnachahmlich ist. Denn sie sind ein kleinwüchsiges Volk, kleiner noch als Zwerge, zumindest weniger stark und stämmig, wenn auch nahezu gleich groß, zwischen zwei und vier Fuß nach unseren Maßen. Drei Fuß erreichen sie heute nur noch selten, aber sie sagen, sie seien geschrumpft und in alten Zeiten größer gewesen. Bando Brastuk, genannt der Bullenrassler, der Sohn Isen Grimms des Zweiten, soll nach dem Roten Buch vier Fuß und fünf Zoll gemessen haben. Er konnte sogar ein Pferd reiten. In den Urkunden der Hobbits sind nur zwei namhafte Gestalten der Vergangenheit vermerkt, die ihn überragten. Doch von dieser seltsamen Angelegenheit soll in diesem Buch noch die Rede sein. Was die Hobbits aus dem Auenland angeht, mit denen wir es in diesen Geschichten zu tun haben, so waren sie in Zeiten des Friedens und Wohlstands ein lebenslussiges Volk. Sie kleideten sich in leuchtender Farben, besonders gern in Gelb und Grün. Schuhe trugen sie selten, denn ihre Füße hatten feste, lederige Sohlen und waren mit einem dichten Pelz von grausem Haar bedeckt, ähnlich ihrem Haupthaar, das bei den meisten braun war. Das einzige Handwerk, in dem sie nicht viel leisteten, war daher die Schuhmacherei. Im Übrigen konnten sie mit ihren langen und geschickten Fingern vielerlei hübsche und nützliche Dinge machen. Ihre Gesichter waren in der Regel eher breit und gutmütig als schön, mit blanken Augen, geröteten Wangen und lachfaltigen, überaus schling- und schlucktüchtigen Mündern. Denn Lachen, ebenso wie Schlingen und Schlucken, und zwar ebenso oft wie gründlich, war ihnen sehr wichtig. Sie waren jederzeit zu simplen Späßen aufgelegt und verzehrten gern sechs Mahlzeiten täglich, wenn es sich einrichten ließ. Sie waren gastfreundlich, hatten Freude an Festen und an Geschenken, die sie ebenso gern machten wie Annahmen. Klar ist wohl, dass die Hobbits trotz der später eingetretenen Entfremdung mit uns verwandt sind, und zwar viel näher als die Elben, näher sogar als die Zwerge. Früher sprachen sie die Sprachen der Menschen, doch mit ihrer eigenen Mundart und hatten auch so etwa dieselben Neigungen und Abneigungen wie wir. Welche Art unsere Verwandtschaft aber im Einzelnen war, lässt sich nicht mehr feststellen. Der Ursprung der Hobbits liegt weit in den ältesten Tagen, einem längst entschwundenen und vergessenen Zeitalter. Nur die Elben bewahren noch Urkunden aus jenen Tagen, doch in ihren Überlieferungen geht es nahezu ausschließlich um ihre eigene Geschichte, in der die Menschen nur selten und die Hobbits überhaupt nicht erwähnt werden. So viel immerhin wissen wir, dass die Hobbits schon lange Zeit in Mittelerde still vor sich hingelebt hatten, ehe anderer Völker sie auch nur bemerkten. Und da auf der Welt ohnehin an seltsamen Geschöpfen kein Mangel ist, mochte man diese kleinen Leutchen gut und gern übersehen. Doch in den Jahren, als Bilbo, sein Erbe Frodo, lebten, wurden sie plötzlich ganz gegen ihren Willen weithin geachtet und berühmt und brachten die Pläne der Weisen und Großen dieser Welt durcheinander. Jene Tage, das dritte Zeitalter von Mittelerde, sind nun längst vergangen und die Gestalt aller Länder ist seither eine andere. Doch die Gegenden, in denen damals Hobbits lebten, waren sicherlich dieselben, aus denen sie auch heute noch nicht ganz verschwunden sind. Der Nordwesten der alten Welt, östlich des Meeres, wo sie ursprünglich herstanden, darüber hatte sich unter den Hobbits zu Bilbus-Zeit keinerlei Kenntnis mehr erhalten. Neigung zur Wissenschaft, von der Ahnenkunde abgesehen, war unter ihnen nicht eben verbreitet. Doch in den alten Familien gab es hier und da noch einen, der in den Chroniken der eigenen Vorfahren las oder sogar die Berichte der Elben, Zwerge und Menschen von alten Zeiten und fernen Ländern sammelte. Eigene Aufzeichnungen hatten die Hobbits erst seit ihrer Ansiedlung im Auenland und ihre ältesten Sagen reichten kaum weiter zurück als in die Jahre ihrer Wanderung. Dennoch ist aus diesen Sagen und aus manchen eigentümlichen Wörtern und Gebräuchen ersichtlich, dass sie, wie viele andere Völker, in ferner Vergangenheit westwärts gezogen sein müssen. Ihre ältesten Erzählungen scheinen sich auf eine Zeit hinzudeuten, als sie in den Tälern am oberen Anduin wohnten, zwischen Ausläufern des großen Grünwalds und dem Nebelgebirge. Warum sie sich von dort auf den harten und gefährlichen Weg über die Berge nach Eriador machten, ist nicht mehr bekannt. In ihren Berichten ist davon die Rede, dass sich die Menschen im Lande vermehrt hätten und dass ein Schatten den Wald verfinstert habe, der seither Düsterwald heißt. Schon bevor sie das Gebirge überschritten, hatten sich unter den Hobbits drei voneinander ein wenig verschiedene Stämme gebildet, die Haarfüße, die Starren und die Fahlhäute. Die Haarfüße hatten eine bräunlichere Haut, sie waren kleiner, schmächtiger und bartlos und sie trugen keine Schuhe. Ihre Hände und Füße waren zierlich und flink und sie wohnten am liebsten auf Hochebenen und an Berghängen. Die Starren waren breiter und stämmiger, hatten größere Hände und Füße und zogen das flache Land und die Flussufer vor. Die Fahlhäute hatten hellere Haut und helleres Haar und waren größer und schlanker als die anderen. Sie liebten Bäume und bewaldetes Land. Die Haarfüße hatten in alter Zeit viel Umgang mit den Zwergen und wohnten lange zwischen den Ausläufern des Gebirges. Sie zogen schon früh nach Westen und wanderten nach Eriador hinein, bis zur Wetterspitze, während die anderen noch in Wilderland blieben. Sie waren der normale und bekannteste Hobbitschlag und bei weitem der zahlreichste. Sie neigten am stärksten zur Sesshaftigkeit und hielten am längsten an der Sitte ihrer Vorfahren fest, in Stollen und Höhlen zu wohnen. Die Starren blieben noch länger als die Haarfüße an den Ufern des großen Stroms, des Anduin. Sie hatten weniger Scheu vor den Menschen. Als später auch sie westwärts wanderten, folgten sie dem Fluss Lautwasser nach Süden und dort siedelten viele von ihnen lange in der Gegend zwischen Tharbad und den Grenzen von Dunland, ehe sie nach Norden zogen. Die Pfahlhäute, die am wenigsten zahlreichen, waren eine Sippe, die nördlich von den anderen gewohnt hatte. Sie verkehrten freundschaftlicher als die anderen Hobbits mit den Elben und verstanden sich besser auf Wörter und Lieder als auf Handwerke. Und von Alters her zogen sie die Jagd dem Ackerbau vor. Sie überschritten die Berge nördlich von Bruchtal und folgten dem Lauf des Weißquell. In Eriador vermischten sie sich bald mit den anderen Hobbits, die vor ihnen gekommen waren. Aber da sie etwas wagemutiger und unternehmungslustiger waren, fand man sie oft als Führer oder Oberhäupter von Starren- oder Haarfusssippen. Auch zu Bilbus-Zeit war unter den größeren Familien wie den Tux und den Herren von Bockland noch ein starker, pfahlhäutischer Einschlag zu bemerken. In Eriador, dem Land im Westen von Mittelerde, zwischen den Nebelgebirgen und den Bergen von Luhn, fanden die Hobbits sowohl Elben wie Menschen vor. Sogar ein Rest der Dunedain hatte sich hier noch erhalten, des Volkes der Menschenkönige, die von Westernis übers Meer gekommen waren. Aber sie schwanden rasch dahin und die Länder ihres nördlichen Königreichs verödeten. Platz für Neuzugewanderte gab es also mehr als genug und nicht lange, so begannen sich die Hobbits in richtigen Gemeinden niederzulassen. Ihre ersten Siedlungen waren zur Bilbus-Zeit zumeist schon wieder verlassen und vergessen. Aber eine der ersten, die Bedeutung erlangt hatte, war bestehen geblieben, wenn auch in kleinerem Umfang. Dieser lag in Brea und seine Umgebung, dem Shetwald, etwa 40 Meilen östlich vom Auenland. Es muss in jener frühen Zeit gewesen sein, dass die Hobbits die Schreibkunst erlernten, und zwar nach der Art der Dunedain, die sie bei ihrerseits viel früher von den Elben erlernt hatten. Und in jener Zeit vergaßen sie auch die Sprachen, die sie vorher gesprochen haben mögen, und gebrauchten von nun an die Gemeindesprache, das sogenannte Vestron, das in allen Ländern der Könige von Arnor und Gondor geläufig war. Und an allen Meeresküsten von Belfalas bis Luhn. Doch behielten sie einige eigene Wörter bei, auch die Monats- und Wochentagsnamen und eine Vielzahl alter Personennamen. Etwa um diese Zeit beginnt die sagenhafte Vergangenheit der Hobbits in Geschichte mit einer Zeitrechnung überzugehen. Denn im Jahre 1601 des Dritten Zeitalters zogen die Brüder Marcho und Blanco aus der Sippe der Pfahlhäute von Bré nach Westen, und mit der Erlaubnis des Hohen Königs in Vor- und Ost überschritten sie an der Spitze einer großen Schar Hobbits dem braunen Fluss Baranduin. Sie kamen über die Steinbogenbrücke, die in der Blütezeit des nördlichen Königreichs erbaut worden war, und nahmen alles Land vom jenseitigen Flussufer bis zu den fernen Höhlen in Besitz. Auferlegt wurde ihnen nur, dass sie die große Brücke, wie auch alle anderen Brücken und Straßen, in Stand hielten, dass sie die Boten des Königs achteten und seine Herrschaft anerkannten. Damit begann im Auenland die Zählung der Jahre, denn das Jahr des Übergangs über den Brandywein, wie sich die Hobbits den Flussnamen zurechtlegten, wurde das Jahr 1 der Auenland-Zeitrechnung, und alle späteren Daten wurden danach berechnet. Die westlichen Hobbits gewannen in ihr neues Land schnell lieb. Sie blieben dort, und in der Geschichte der Menschen und Elben war von ihnen bald nicht mehr die Rede. Solange es noch einen König gab, waren sie den Namen noch seine Untertanen, aber tatsächlich hatten sie ihre eigenen Oberhäupter und mischten sich ins Weltgeschehen außerhalb ihres Landes nicht ein. Zur Schlacht bei Fornost, der letzten Krieg mit dem Hexenfürsten von Angmar, schickten sie dem König ein paar Bogenschützen zu Hilfe, oder behaupteten es jedenfalls, obwohl es in den Geschichtsbüchern der Menschen nirgends erwähnt wird. In diesem Krieg aber fand das nördliche Königreich sein Ende, und nun betrachteten die Hobbits das Land als ihr Eigentum, und wählten unter ihren Oberhäuptern einen Fein, der die Hoheitsrechte des Königs wahrnehmen sollte, den es nicht mehr gab. Über tausend Jahre lang wurden sie von Kriegen kaum behelligt, und nach der schwarzen Pest im Jahre 37 des alten Zeitalters gediehen sie und vermehrten sich, bis der unheilvolle lange Wildwinter eintrat, auf den eine Hungersnot folgte. Viele Tausende kamen darin um, aber zur Zeit dieser Erzählungen waren die Tage der Not, 1158 bis 60, lange vorüber, und die Hobbits hatten sich wieder an ein Leben in Überfluss gewöhnt. Das Land war reich und fruchtbar, und wenn es auch vor ihrer Ansiedlung lange brach gelegen hatte, war es doch einst gut bestellt gewesen, und der König hatte dort viele Gehöfte, Getreidefelder, Weinberge und Forsten gehabt. Über 40 Wegstunden erstreckte es sich von fernen Höhen bis zur Brandiweinbrücke, und 50 waren es von den Hochmooren im Norden bis zu den Flussniederungen im Süden. Die Hobbits nannten alles, was zum Hoheitsgebiet ihres Teins gehörte, das Auenland, und auf diesem behaglichen Fleckchen Erde richteten sie sich ein und gingen den achtbaren Geschäften ihres wohlgeregelten Lebens nach. Immer weniger kümmerten sie sich um die Welt ringsum, wo man dunklen Gestalten begegnen konnte, und schließlich meinten sie, dass Friede und Überfluss im Mittelerde die Regel seien und allen vernünftigen Leuten von Rechts wegen zustimmen. Das Wenige, was sie über die Wächter und die Mühen derer gehört hatten, die den langen Frieden für das Auenland möglich machten, vergaßen sie oder schenkten ihm keine Beachtung. In Wirklichkeit lebten sie in einem geschützten Bezirk, hatten aber aufgehört, daran zu denken. Zu keiner Zeit waren die Hobbits, egal welchen Schlages, kriegerisch gewesen, und untereinander hatten sie sich nie bekämpft. In alten Zeiten hatten sie natürlich oft zu den Waffen greifen müssen, um sich in der rauen Wirklichkeit ihrer Haut zu wehren, aber zu Bilbus Zeit war das schon sehr lange her. Die letzte Schlacht vor Beginn unserer Geschichte, die einzige überhaupt, die je auf auenländischem Boden stattgefunden hatte, gehörte in der Vergangenheit vor jeder lebendigen Erinnerung an. Die Schlacht bei Grünfeld, im Jahr 1147 nach Auenland-Zeitrichtung, als Bando Brastuck eine Bande eingedrungener Orgs vertrieb. Sogar das Klima war in letzter Zeit milder geworden und die hungrigen Wölfe, die einst in bitterkalten Wintern von Norden gekommen waren, kannte man nur noch aus den Erzählungen der Großväter. Zwar gab es im Auenland noch immer allerlei Waffen, doch hingen sie zumeist als Andenken über dem Kamin an der Wand oder wurden im Museum von Michelbinge verwahrt. Dem Madnom-Haus, denn alles, wofür die Hobbits im Augenblick keine Verwendung hatten, das sie aber auch nicht wegwerfen mochten, nannten sie ein Mato. Ihre Behausungen waren nicht selten übervoll von solchen Sachen und auch viele Geschenke, die von Hand zu Hand gingen, waren von dieser Art. Dennoch war dieses Völkchen in all dem Frieden und Wohlstand wehrhaft geblieben. Wenn es darauf ankam, waren sie nicht leicht, klein oder tot zu kriegen und vielleicht hingen sie nicht zuletzt deshalb so unersättlich an guten Dingen des Lebens, weil sie, wenn es sein musste, auf sie verzichten konnten. Dann hielten sie Schicksalsschlägen, Feinden und schlechten Wetter mit einer Zähigkeit stand, die jeden verblüffte, der sie nicht genau kannte und der nur ihre Bäuche und runden Gesichter sah. Obwohl sie selten Streit suchten und nichts von niemanden rein zum Vergnügen töteten, wussten sie sich zu wehren, wenn man sie angriff, und notfalls konnten sie noch immer mit Waffen umgehen. Sie waren gute Bogenschützen mit scharfem Auge und sicherer Hand und sie trafen nicht nur mit Pfeil und Bogen. Wenn ein Hobbit sich nach einem Stein bückte, wusste jedes unerlaubt durch seinen Garten streunende Tier, dass es ratsam war, schleunigst in Deckung zu gehen. Ursprünglich hatten alle Hobbits in Höhlen gelebt oder wenigstens glaubten sie das und darin fühlten sie sich am besten aufgehoben. Aber im Laufe der Zeit hatten sie sich auch mit anderen Arten von Behausungen abfinden müssen. In der Regel hielten zu Bilbus Zeit nur noch die reichsten und die ärmsten Leute an den alten Wohngebräuchen fest. Die Ärmsten wohnten nach wie vor in Höhlen dürftigster Art, waren Löchern mit nur einem oder gar keinem Fenster, während die reichsten die schlichten Höhlen von einst in luxuriöser Ausgestaltung beibehielten. Geeigneter Baugrund für diese weitverzweigten Stollen oder Smeals, wie man sie nannte, war aber nicht überall zu finden. Um denen Ebenen und Niederungen begannen die Hobbits, als sie zahlreicher wurden, auch oberirdisch zu bauen. Selbst in den hügeligen Gegenden und in den älteren Siedlungen wie Hobbingen, Buckelstadt oder in Michelbinge auf den Weißen Höhen, dem bedeutendsten Ort des Auenlandes, standen nun viele Häuser aus Holz, Stein oder Ziegeln. Diese waren besonders bei den Müllern, Schmieden, Seilern, Stellmachern und anderen Handwerkern beliebt, denn für ihre Werkstätten hatten die Hobbits schon immer Schumpen gebaut, auch als an den Wohnhöhlen noch kein Mangel war. Die Gewohnheit, Bauernhäuser und Scheunen zu bauen, soll zuerst unter den Bewohnern des Bruchs am Brandyrain aufgekommen sein. Die Hobbits in dieser Gegend, dem Ostviertel, waren ziemlich dick und breitfüßig. Bei schlechtem Wetter trugen sie Zwergenstiefel, aber es war bekannt, dass sie einen guten Teil Starrenblut in den Adern hatten, wie man schon an dem Pflauen sehen konnte, der vielen von ihnen ums Kind spross. Kein Haarfuß oder Pfahlhäuter hatte die mindeste Spur von Bartwuchs. Die Leute aus dem Bruch und aus Bockland, dem Streifen auf dem Ostufer des Flusses, der erst später besiedelt worden war, waren erst nach den anderen Hobbits aus südlichen Gegenden gekommen. Und sie hatten noch viele eigentümliche Namen und Wörter, die man anderswo im Auenland nicht kannte. Es ist wahrscheinlich, dass die Baukunst, wie so viele andere Fertigkeiten, von den Dunedeinen stammte. Aber die Hobbits könnten sie auch unmittelbar von den Elben erlernt haben, die in frühester Zeit die Lehrmeister der Menschen waren. Denn die Elben des hohen Geschlechts hatten Mittelerde noch nicht verlassen und wohnten damals an den Grauenanfurten im Westen und an anderen Orten, die vom Auenland aus zu erreichen waren. Drei Elbentürme aus unvordenklichen Zeiten waren noch immer auf den Turmbergen jenseits der Westmarken zu sehen. Beim Mondschein sah man sie weit übers Land schimmern. Der Höchste stand am fernsten, für sich allein auf einer grünen Hügelkuppe. Die Hobbits im Westviertel sagten, von der Spitze des Turms aus könne man das Meer sehen, doch weiß man von keinem Hobbit, der je hinaufgestiegen wäre. Überhaupt hatten nur wenige Hobbits je das Meer gesehen oder gar befahren und noch wenige waren zurückgekehrt, um davon zu berichten. Die meisten Hobbits betrachteten schon Flüsse und kleine Boote mit tiefem Argwohn und nicht viele konnten schwimmen. Und je länger sie im Auenland lebten, desto weniger sprachen sie mit den Elben. Sie begannen sich vor ihnen zu fürchten und allen zu misstrauen, die mit ihnen Umgang hatten. Das Meer wurde ihnen zu einem Schreckenswort, einem Sinnbild des Todes und von den Bergen im Westen wandten sie den Blick ab. Aber mochten sie die Baukunst auch von den Elben oder den Menschen übernommen haben, die Hobbits verfuhren darin auf ihre eigene Weise. Mit Türmen hatten sie nichts im Sinn. Ihre Heuersäuern waren meistens lang, niedrig und wohnlich. Die ältesten waren eigentlich oberirdische Nachbildungen von Smeers, mit trockenem Gras oder Stroh gedeckt, vielleicht auch mit Sodendächern, die Wände ein wenig ausgebraucht. Diese stammten jedoch aus der Frühzeit des Auenlandes und seither hatte sich die Bauweise längst verändert und verbessert. Manche neuen Methoden hatten die Hobbits von den Zwergen gelernt. Manche hatten sie selbst erfunden. Eine Vorliebe für runde Fenster und sogar runde Türen blieb die wichtigste Besonderheit der Hobbit-Architektur. Die auenländischen Häuser und Höhlen waren oft sehr geräumig und wurden von Großfamilien bewohnt. Bilbo und Frodo Beutlin waren als Junggesellen in dieser wie auch in anderer Hinsicht, z.B. ihrer Freundschaft mit Elben, die großen Ausnahmen. Mancherorts, wie bei den Tugs in Großmeers oder dem Brandybox im Brandyschloss, lebten etliche Generationen von Verwandten mehr oder weniger friedlich in ein und denselben vielstundigen Stammwohnsitz zusammen. Überhaupt waren alle Hobbits sehr Sippen bewusst und gaben sich über ihre Verwandtschaftsbeziehungen genauestens Rechenschaft. Sehr gründlich und ausführlich zeichneten sie die unzähligen Verzweigungen ihre Familienstammbäume auf. Wer mit Hobbits zu tun hat, darf nie vergessen, wer mit wem in welchem gerade verwandt ist. Als würde den Rahmen dieses Buches sprengen, wollte man versuchen, einen Stammbaum aufzustellen, der auch nur die bedeutenderen Angehörigen der bedeutenderen Familien aus der Zeit umfasste, von der diese Geschichten handeln. Die Ahnentafeln am Ende des Roten Buchs der Westmark sind ein kleines Buch für sich und jeder, der kein Hobbit ist, fände sie maßlos langweilig. Die Hobbits aber hatten viel Sinn für solche Dinge, in denen alles seine Richtigkeit haben musste. Bücher mochten sie, wenn vieles darin stand, was sie schon wussten, schlicht und klar und ohne Widersprüche. Über Pfeifenkraut Noch etwas ist an den Hobbits von damals zu erwähnen. Eine befremdliche Gewohnheit. Durch Pfeifen von Ton oder Holz schlürften oder sorgten sie den Rauch brennender Blätter von einer Pflanze in sich hinein, die sie Pfeifenkraut oder kurz Kraut nannten. Vermutlich eine Art der Nikotiana. Die Herkunft dieses seltsamen Rauches oder wie die Hobbits sagten, dieser Kunst ist von Geheimnissen umbölkt. Alles, was die Alten darüber in Erfahrung bringen konnten, wurde von Meriadoc Brandybock zusammengestellt, dem späteren Herrn von Bockland. Und weil er und Tabak aus dem Südviertel im Folgenden eine Rolle spielen, sei hier seine Stellungnahme aus der Einleitung zu seiner Kräuterkunde des Auenlandes zitiert. Dies, so sagt er, ist die einzige Kunst, von der wir mit Gewissheit behaupten können, sie selbst entdeckt zu haben. Wann sich der erste Hobbit die erste Pfeife stopfte, wissen wir nicht. In allen Legenden und Familiengeschichten ist das Rauchen eine Selbstverständlichkeit. Seit Hobbit-Gedenken rauchen die Auenländer allerlei Kräuter, bald mehr, bald weniger Wohlriechende. Aber alle Quellen stimmten darin überein, das Tobold Hornbläser aus Langgrund im Südviertel das erste echte Pfeifenkraut in seinen Gärten zog, in den Tagen Isen Grimms des Zweiten, um das Jahr 1070 Auenländischer Zeitrechnung. Das beste einheimische Kraut kommt noch immer aus jenem Bezirk, besonders die heute unter den Namen Langgrundblatt, alter Tobi und Südstern bekannten Sorten. Wie der alte Tobi zu der Pflanze kam, ist nicht überliefert, denn noch auf dem Totenbett wollte er es nicht sagen. Er wusste viel über Kräuter, war aber nicht weit gereist. Es heißt, in seiner Jugend sei er oft nach Bré gekommen, doch weiter hat er sich mit Sicherheit nie vom Auenland entfernt. Es ist also sehr wohl möglich, dass er die Pflanze in Bré kennengelernt hat, wo sie heute jedenfalls auf dem Südhängen des Berges gut gedeiht. Die bréländischen Hobbits behaupten, die ersten richtigen Pfeifenkrautraucher gewesen zu sein. Sie behaupten zwar in allem den Auenländern, die sie die Kolonisten nennen, voraus gewesen zu sein, aber in diesem Falle halte ich ihren Anspruch für begründet. Und fest steht, dass Bré der Ort ist, von dem aus die Kunst, das echte Kraut zu rauchen, sich in den letzten Jahrhunderten unter Zwergen und anderem Volk wie Wandläufern, Zauberern und Fahrenden ausgebreitet hat. Wie sie an der alten Straßenkreuzung dort immer noch hin und wieder vorüberkommen. Als Herd und Heimat der Rauchkunst ist also das alte Gasthaus von Bré anzusehen, zum tänzelnden Pony, das sich seit vorgeschichtlicher Zeit im Besitz der Familie Butterblüm befindet. Trotz alledem haben eigene Beobachtungen auf meinen vielen Reisen in den Süden mich davon überzeugt, dass das Kraut ursprünglich nicht in unserer Weltgegend heimisch war, sondern erst vom unteren Anduin nach Norden gelangt ist. Und dorthin, so vermute ich, war es ursprünglich mit den Menschen von Westernis übers Meer gekommen. In Gondor findet man es überall, größer und kräftiger als im Norden, wo es nie Welt wächst und nur an warmen und windgeschützten Plätzen wie dem Landgrund gedeiht. Die Menschen von Gondor nennen es Süßes Galenas und schätzen es nur wegen des Duftes seiner Blüten. Aus jenem Land muss es in den vielen Jahrhunderten seit Elendils Ankunft über den Grünweg heraufgebracht worden sein. Aber selbst die Dunedain von Gondor halten uns zugute. Hobbits haben es zuerst im Pfeifen gestopft. Nicht einmal die Zauberer sind vor uns auf die Idee gekommen. Allerdings kannte ich einen Zauberer, der die Kunst schon vor langer Zeit erlernt und so viel Geschick darin erworben hatte, wie in allem, dass er sich vornahm. Von der Ordnung im Auenland das Auenland war in vier Viertel eingeteilt, von denen schon die Rede war, das Nord-, Süd-, Ost- und Westviertel. Und diese wiederum zerfielen in eine Anzahl Sippenländer, die noch immer die Namen mancher großer alteingesessener Familien trugen. Obwohl zur Zeit dieser Geschichte die Träger dieser Namen nicht mehr nur auf ihrem Sippenland anzutreffen waren. Fast alle Tucks lebten zwar noch im Tuckland, aber von vielen anderen Familien wie den Beutlins oder Boffins konnte man das nicht sagen. Außerhalb der Viertel lagen die Ost- und die Westmark, das Bockland und das Gebiet im Westen, das im Jahre 1462 nach Auenland Zeitrechnung zum Auenland hinzukam. Von einer Regierung konnte im Auenland zu dieser Zeit kaum die Rede sein. Meistens regelten die Familien ihre Angelegenheiten unter sich. Das Anbauen und Verzehren der Nahrungsmittel nahm den Hauptteil ihrer Zeit in Anspruch. In anderen Belangen waren sie in der Regel freigiebig und nicht habgierig, sondern bescheiden und genügsam. Und darum blieben ihre Güter, Gehöfte, Werkstätten und kleinen Läden gewöhnlich über Generationen hin unverändert. Im Übrigen erkannten sie natürlich nach alter Tradition einen Hohen König in Vornost oder wie sie es nannten Norburg an, der alten Stadt nördlich des Auenlandes. Aber seit fast tausend Jahren gab es dort keinen König mehr und selbst die Ruinen der Königs Norburg waren mit Gras Trotzdem sagten die Hobbits von wilden Burschen und üblem Gesindel zum Beispiel Trollen doch immer die hätten wohl noch nie was vom König gehört denn auf den König von einst führten sie alle Gesetze zurück die ihnen wichtig waren und die Gesetze hielten sie für gewöhnlich freiwillig ein weil sie die Regeln waren wie sie sagten sowohl alter gebracht als auch gerecht allerdings hatte die Familie Tuck lange eine Vorrangstellung eingenommen das Amt des Tines war vor einigen hundert Jahren von den Altbox auf sie übergegangen und seither hatte das Oberhaupt der Tux immer diesen Titel inne gehabt der Tain war Vorsitzender des Auenländischen Rates Hauptmann der Auenland Heerschau und der Hobbit Wehr aber weil die Heerschau und die Ratssitzungen nur in Notzeiten standfanden die es nicht mehr gab war das Amt des Tines zu einem reinen Ehrentitel geworden besondere Achtung genoss die Familie Tuck indes weiterhin denn sie blieb zahlreich und ungemein begütert Außerdem konnte man von ihr erwarten dass sie in jeder Generation ein paar starke Charaktere mit merkwürdigen Gewohnheiten und vielleicht sogar abenteuerlustigem Temperament hervorbrachte Diese Eigenschaften freilich wurden nun eher geduldet bei reichen Leuten als allgemein geschätzt Immerhin hielt sich der Brauch das Oberhaupt dieser Familie als den Tuck zu bezeichnen und seinen Namen wenn nötig mit einer Ordnungszahl zu versehen wie zum Beispiel Isengrimm der Zweite Der einzige der im Auenland zu dieser Zeit wirklich ein Amt inne hatte war der Bürgermeister von Michelbinge oder des Auenlandes der alle sieben Jahre zur Lithe das heißt am Midsommertag auf dem Freimarkt auf den meisten Höhen gewählt wurde Nahezu seine einzige Pflicht als Bürgermeister bestand darin die Begrüßungsworte bei den Marketten an den Feiertagen zu sprechen die der Auenländische Kalender in rascher Folge vorsah doch mit dem Bürgermeisteramt waren auch die Aufgaben des Postmeisters und des ersten Landbüttels verbunden und darum war er sowohl für den Kurierdienst als auch für die Wachen verantwortlich dies 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 waren die einzigen öffentlichen Dienste und die Kurierer waren bei weitem zahlreicher und hatten viel mehr zu tun zwar konnten keineswegs alle Hobbits schreiben aber wer es konnte schrieb immerzu an alle Freunde und mit Ausnahmen auch an alle Verwandten die weiter als einen Nachmittagsspaziergang entfernt wurden die Polizisten oder was einem Polizisten bei den Hobbits am nächsten kam hießen Landbüttel natürlich trugen sie keine Uniformen so etwas kannte man gar nicht sondern nur eine Feder an der Mütze und eigentlich waren sie eher eine Flur Aussicht als eine Polizei denn sie kümmerten sich mehr um streunende oder entlaufene Tiere als um Personen im ganzen Auenland gab es von ihnen für den Inlanddienst nur zwölf drei Ziemlich zahlreicher waren die Grenzfachen die außerdem nach Bedarf verstärkt werden konnten sie sorgten dafür dass Fremde aller Art ob groß oder klein nicht zur Plage wurden zu der Zeit als diese Geschichte beginnt waren die Grenzer wie man sie nannte stark vermehrt worden vielerlei Meldungen und Beschwerden über verdächtige Personen oder Kreaturen gingen ein die sich an den Grenzen oder sogar im Hinterland war wie es sein sollte und immer gewesen war außer den Geschichten und Sagen aus alter Zeit nur wenige schenkten dem Zeichen Beachtung und auch Bilbo hatte noch keine Ahnung was es zu bedeuten hatte 60 Jahre waren vergangen seit er zu seiner denkwürdigen Reise aufgebrochen war und selbst unter Hobbits die ja nicht selten die 100 erreichen war er nun ein alter Mann doch von dem stattlichen Vermögen das er damals mit heim gebracht hatte war anscheinend noch immer einiges vorhanden wie viel oder wie wenig das sagte er niemandem nicht mal seinem Lieblingsneffen Frodo und noch immer verriet er nichts von dem Ring den er gefunden hatte vom Ringfund wie im Hobbit erzählt wird stand eines Tages der große Zauberer Gandalf der Graue von Bilbos Tür und mit ihm 13 Zwerge und zwar niemand anders als Thorin Eichenschild Nachkomme der Zwergenkönige und seine zwölf Gefährten im Exil zu seiner eigenen bleibenden Verwunderung brach Bilbo mit ihn an einem April Morgen im Jahr 1341 auenländischer Zeitrechnung zu einer großen Reise auf einer Fahrt zu den Zwergenhorten der Könige unter dem Berge unter dem Erebor bei Tal weit im Osten Das Unternehmen gelang und der Drache der den Hort bewachte wurde getötet Aber obwohl sie bevor alles gewonnen war erst die Schlacht der Fünf Heere schlagen mussten obwohl Thorin dabei viel und viele Ruhmestaten vollbracht wurden wäre die Sache ohne einen kleinen Zwischenfall der sich unterwegs ereignete für die spätere Geschichtsschreibung kaum von Interesse gewesen und hätte in den langen Annalen des dritten Zeitalters allenfalls eine Fußnote verdient Auf einem hohen Pass im Nebelgebirge wurden die Reisenden beim Übergang nach Wilderland von Orks überfallen und dabei wurde Bilbo von ihnen getrennt und musste eine Weile allein in den dunklen Orkstollen tief unter dem Gebirge umherirren Als er dort hilflos im Dunkeln herumtastete stieß seine Hand an einen Ring der auf dem Boden eines Stollens lag Er steckte Inni die Tasche Für den Augenblick schien es ein belangloser Zufall zu sein Auf der Suche nach einem Ausgang stieg Bilbo immer tiefer unter das Gebirge hinab bis er nicht mehr weiter konnte Auf dem Grund des Stollens lag ein kalter See fern von allem Licht und dort auf einer Felseninsel im Wasser lebte Gollum Er war eine widerwärtige kleine Kreatur mit seinen breiten Plattfüßen paddelte er ein kleines Boot spähte mit fahrleuchtenden Augen durch die Dunkelheit und schnappte mit seinen langen Fingern nach blinden Fischen die er dann roh verzehrte Er fraß alles sogar Orks wenn er sie nur fangen und kampflos erwürgen konnte Insgesheim besaß er ein Kleinod das er vor langen Zeiten an sich gebracht hatte also noch nicht im Dunkeln lebte einen goldenen Ring der seinen Träger unsichtbar machte der Ring war das einzige was ihm lieb und teuer war sein Schatz und er sprach mit ihm sogar wenn er ihn nicht bei sich trug denn er hielt ihn meistens in einem Felsloch auf seiner Insel sicher verwahrt wenn er nicht gerade auf Jagd ging oder den Orks in den Stollen nachschlich vielleicht hat Herr Bilbo bei ihrer Begegnung sofort angegriffen hätte er den Ring bei sich gehabt aber er hatte ihn nicht und der Hobbit hielt ein Elbenmesser in der Hand das für ihn so gut wie ein Schwert war um daher Zeit zu gewinnen forderte er Bilbo zu dem Rätsel Spiel heraus mit der Bedingung dass er Bilbo töten und verspeisen werde wenn der eines seiner Rätsel nicht lösen könne wenn aber Bilbo ihn besiege so werde ihn wie gewünscht zu einem Ausgang aus den Stollen führen weil er sich im Dunkeln hoffnungslos verirrt hatte und weder vor noch zurück konnte ging Bilbo auf die Wette ein und sie gaben einander mehrere Rätsel auf schließlich gewann Bilbo mit mehr Glück wie es schien als Verstand denn als ihm zuletzt kein Rätsel mehr einfallen wollte berührte seine Hand den Ring den aufgehoben und seither vergessen hatte und er rief was hab ich da in meiner Tasche das bekam Gollum nicht heraus obwohl Bilbo ihn dreimal raten ließ nun sind zwar die gelehrten geteilter Meinung ob dies letzte nach den strengen Regeln des Spiels nicht nur eine schlichte Frage und kein Rätsel war doch stimmten alle darin überein gebunden war und Bilbo drängte ihn Wort zu halten denn ihm kam der Gedanke dass dieser schleimige Bursche ein falsches Spiel treiben könnte obwohl doch solche Versprechen von alters her als heilig galten und alle bis auf die verruchtesten sich scheuten sie zu brechen nach all den Zeiten die er allein im Dunkeln gehaust hatte war Gollums Herz schwarz und voller Tücke er machte Wasser lag dort glaubte er liege sein Ring er war nun hungrig und wütend und wenn er seinen Schatz erst am Finger hätte brauchte er keine Waffe mehr zu fürchten aber der Ring war nicht auf der Insel er hatte ihn verloren er war weg er schrie dass es Bilbo kalt den Rücken herunter lief obwohl er noch nicht begriffen hatte was geschehen war aber Gollum hatte was hat er in seinen Taschen schrie er seine Augen leuchteten wie eine grüne Flamme als er zurückgehastet kam um den Hobbit zu töten und sich seinen Schatz wiederzuholen eben noch rechtzeitig erkannte Bilbo die Gefahr und rannte blind links den Gang hinauf fort vom Wasser und wieder rettete ihn sein Glück denn während er lief steckte er die Hand in die Tasche und unvorhersehens glitt ihm der Ring auf den Finger so kam es dass Gollum an ihm vorüberrannte ohne ihn zu sehen und dann weiter zum Ausgang hin um den Dieb nicht entkommen zu lassen vorsichtig schlich Bilbo ihm nach und hörte ihn fluchen und im Selbstgespräch über seinen Schatz reden und aus dem Gehörten erriet Bilbo die Wahrheit und schöpfte im Dunkeln neue Hoffnung er selbst hatte den wunderbaren Ring gefunden und damit eine Chance Gollum und den Orks zu entkommen schließlich machten sie Halt vor der im Dunkeln kaum erkennbaren Öffnungen eines Durchgangs zum unteren Tor der Minen auf der Ostseite des Gebirges dort hockte Gollum sich sprungbereit schnüffelnd und horchend und Bilbo fühlte sich versucht ihn mit seinem Schwert zu erschlagen aber Mitleid hielt ihn davon ab den Ring in dem seine einzige Hoffnung lag wollte er zwar behalten doch nicht um mit seiner Hilfe die elende Bilbo wie sie seinen Gefährten zuerst erzählte ihnen sagte er Gollum habe versprochen ihm ein Geschenk zu machen wenn er das Spiel gewinne aber als Gollum es von seiner Insel holen wollte sei das klein und weg gewesen ein Zauberring den man ihm vor langer Zeit zum Geburtstag geschenkt geschenkt hatte Bilbo habe erraten dass dies derselbe Ring war den er gefunden hatte und weil er das Spiel gewonnen hatte habe er ihn nun auch von Rechtswegen gehört in seiner schwierigen Lage habe er aber von seinem Fund nichts gesagt und sich von Gollum statt des Geschenks als Belohnung auszüben bedungen dass er ihm den Weg zeigte diesen Bericht nahm Bilbo in seine Memoiren auf und er selbst scheint nie etwas daran geändert zu haben nicht einmal nach der Ratsversammlung bei Elrond offenbar stand er auch noch in der Erfassung des Roten Buchs ebenso wie in mehreren Abschriften und Kurzfassungen doch viele Abschriften enthalten als Alternative die richtige Darstellung die sicherlich aus Aufzeichnungen von Frodo oder Samweis stammt die beide die Wahrheit kannten obwohl es ihnen widerstrebt zu haben scheint irgendetwas von dem alten Hobbit selbstgeschriebenes zu streichen Gandalf jedoch glaubte Bilbo's Geschichte gleich beim ersten Mal nicht als er sie hörte und wurde neugierig was es mit dem Ring wirklich auf sich habe schließlich holte er aus Bilbo die Wahrheit heraus nach vielem Fragen das ihrer Freundschaft einfach eine harte Probe stellte aber der Zauberer schien die Wahrheit nun mal für wichtig zu halten obwohl er zu Bilbo nichts davon sagte fand er es auch merkwürdig und bedenklich dass der gute Hobbit nicht gleich damit herausgerückt war ganz gegen seine Gewohnheit die Ausrede von dem Geschenk war ja gleich eine Erfindung die einem Hobbit nicht ähnlich sah Bilbo war erst darauf gekommen wie er bekannte als er Gollums Selbstgespräch belauschte denn Gollum hatte den Ring ja mehrmals als sein Geburtstagsgeschenk bezeichnet auch das erschien Gandalf sonderbar und verdächtig aber die Wahrheit in dieser Sache sollte ihm noch viele Jahre verborgen bleiben wie wir in diesem Buch sehen werden von Bilbos späteren Abenteuern ist hier nicht viel zu sagen dank dem Ring kam er durch die Orkwachen am Tor und stieß wieder zu seinen Gefährten während der Fahrt gebrauchte er den Ring viele Male meistens um seinen Freunden zu helfen aber solange es ging hielt er ihn vor ihnen verborgen nach seiner Heimkehr sprach er über ihn nur mit Gandalf und Frodo sonst wusste im Auenland niemand dass es den Ring überhaupt gab oder zumindest glaubte er das nur Frodo zeigte er den Bericht über seine Fahrt an dem er schrieb sein Schwert Stich hängte Bilbo über dem Kamin auf und sein herrliches Kettenhemd aus dem Drachenhort das ihm die Zwerge geschenkt hatten überließ er als Leihgabe einem Museum nämlich dem Matumhaus in Michelbinge den alten Kapuzenmantel aber den er auf seinen Reisen getragen hatte verwahrte er in Beutelsend in einer Schublade und der Ring blieb an einem Kettchen befestigt in seiner Hosentasche als er am 22. Juni 1342 ausländischer Zeitrechnung nach Beutelsend heimkehrte war er im 52. Lebensjahr und dann geschah im Auenland nichts allzu Bemerkenswertes bis Herr Beutlin sich an die Vorbereitungen zur Feier seines 111. Geburtstags machte 1401 nach auenländischer Zeitrechnung und hier beginnt unsere Geschichte Anmerkung Anmerkung zu den Auenländischen Geschichtsbüchern Der Anteil der Hobbits an den großen Ereignissen am Ende des dritten Zeitalters die zur Aufnahme des Auenlandes in das wiedervereinigte Königreich führten weckten unter ihnen ein breiteres Interesse an der eigenen Geschichte und vieles was bis dahin in der Hauptsache mündlich überliefert worden war wurde nun niedergeschrieben und gesammelt in den bedeutenderen Familien interessierte man sich auch für die Ereignisse in anderen Ländern des Königreichs und viele ihrer Angehörigen studierten die Sagen und Berichte aus alter Zeit als das erste Jahrhundert des vierten Zeitalters zu Ende ging gab es im Auenland schon mehrere Bibliotheken die viele historische Werke und Urkunden besaßen die größten Sammlungen dieser Art befanden sich wohl in Untertürmen in den Großmeers und im Brandyschloss der folgende Bericht vom Ende des dritten Zeitalters stützt sich in der Hauptsache auf das rote Buch der Westmark es ist unsere wichtigste Quelle zur Geschichte des Ringkrieges und wurde so genannt weil es lange in Untertürmen im Haus der Schönkins der Verweser der Westmark aufbewahrt wurde ursprünglich war es Bilbos persönliches Tagebuch das er nach Bruchtal mitnahm Frodo brachte es wieder ins Auenland zusammen mit vier Notizen auf losen Blättern und im jahre 1420 21 nach auenländischer Zeichtrechnung schrieb er seinen Bericht über den Krieg hinein bis fast alle Seiten voll waren diesem Band angefügt und mit ihm zusammen aufbewahrt vermutlich in einem roten Karton wurden die drei großen in rotes Leder gebundenen Bücher die Bilbo ihm als Abschiedsgeschenk mit auf den Weg gab zu diesen vier Bänden kam in der Westmark noch ein Fünfter mit Ahnentafeln Erläuterungen und sonstigen Angaben hinzu soweit sie die an der Fahrt mit dem Ring beteiligten Hobbits betraf Die Urhandschrift des roten Buchs ist nicht erhalten aber für die Nachkommen von Meister Sam Weiss Kindern wurden viele Abschriften angefertigt besonders vom ersten Band Die wichtigste Abschrift jedoch hat eine andere Geschichte Sie wurde in den Großmeers aufbewahrt war aber in Gondor geschrieben wahrscheinlich im Auftrag eines Urenkels von Peregrin Tuck und im Jahre 1592 nach unländischer Zeitrechnung Viertes Zeitalter 172 fertiggestellt worden Der südländische Schreiber fügte den folgenden Vermerk bei Findegiel Schreiber des Königs schloss diese Arbeit im Jahre 4 172 ab Es ist eine detailgetreue Abschrift des Teins Buches das in Minas Tiris aufbewahrt wurde und dieses wiederum war auf König Elessars Wunsch vom roten Buch der Perianath abgeschrieben worden und wurde ihm vom Tein-Peregrin überbracht als der sich im Jahre des Vierten Zeitalters 64 nach Gondor zurückzog Das Teins Buch war also die erste Abschrift des roten Buchs und enthielt vieles das später weggelassen wurde oder verloren ging In Minas Tirith wurde es mit vielen Anmerkungen versehen auch mit vielen Korrekturen besonders im Hinblick auf Namen Wörter und Zitate aus den Elben sprachen und eine Kurzfassung derjenigen Teile der Erzählung von Aragorn und Arwen wurden hinzugefügt die nicht mit dem Bericht über den Ringkrieg zusammenhängen Die vollständige Fassung der Geschichte soll einige Zeit nach dem Tod des Königs von Barahir geschrieben worden sein dem Enkel des Stadthalters Faramir Doch das Wichtigste an Findegils Abschrift ist dass sie als einzige auch Bilbus sämtliche Übersetzungen aus dem Elbischen enthielt Diese drei Bände erwiesen sich als ein Werk von großer Meisterschaft und Gelehrsamkeit in dem er von 1403 bis 1418 alle ihm in Bruchtal zugänglichen Quellen verarbeitet hatte sowohl mündliche wie schriftliche Weil sie jedoch fast ausschließlich vor den ältesten Tagen handelten und froh oder wenig auf sie einging soll hier von ihnen nicht weiter die Rede sein Weil Meriadoc und Peregrin die Häupter ihrer großen Familien wurden und zugleich ihre Verbindungen zu Rohan und Gondor aufricht erhielten gab es in den Bibliotheken von Bockenburg und Buckelstadt vieles das im Roten Buch nicht erwähnt wird Im Brandi Schloss befanden sich viele Werke über Eriador und die Geschichte Rohans Manche von ihnen waren von Meriadoc selbst verfasst oder begonnen worden Allerdings blieb er in seiner Heimat vornehmlich durch seine Kräuterkunde des Auenlandes in Erinnerung und durch die Schrift Jahreszählung in der er das Verhältnis zwischen den Auen und präländischen Kalendern um denen von Bruchtal Goldendor und Rohan behandelte Außerdem schrieb er eine kurze Abhandlung über alte Wörter und Namen im Auenland in der er sich besonders bestrebt zeigte in Auenland Wörtern wie Matum um den alten Bestandteilen von Ausnahmen die Verwandtschaft mit der Sprache der Rohirim nachzuweisen Die Bücher in den Großmeals waren für die Auenländer wenig interessant aber umso wichtiger für die Kenntnis der weiteren geschichtlichen Zusammenhänge Keines von ihnen war von Peregrin selbst geschrieben doch er und seine Nachfolger sammelten viele Manuskripte von Schreibern aus Gondor in der Hauptsache Abschriften oder Zusammenfassungen von Geschichtsbüchern oder Sagen über Elendil und seine Erden Nur hier waren im Auenland umfangreiche Materialien zur Geschichte Numenors und zum Aufkommen Saurons zu finden Vermutlich wurde in den Großmeers auch die Aufzählung der Jahre zusammengestellt mit Hilfe des vom Meriadoc gesammelten Materials Obwohl die dort angegebenen Daten besonders für das zweite Zeitalter oft nur auf Mutmaßungen gründen verdienen sie doch Beachtung Man darf annehmen dass Meriadoc in Bruchtal das er mehr als einmal besuchte Hilfe und Auskunft erhielt Obwohl Elrond selbst fortgezogen war blieben seine Söhne noch lange fort Zusammen mit manchen anderen aus dem Hochelbenvolk Es heißt Keleborn seiner Galadriels Fortgang dorthin gezogen Doch in keiner Chronik ist der Tag verzeichnet an dem auch er sie schließlich zu den grauen Antworten begab und mit ihm entschwand die letzte Erinnerung eines lebenden und die ältesten Tage von Mittelerde